Jacqueline Rock war Picassos zweite Ehefrau und auch seine letzte Beziehung, die er von 1954 bis zu seinem Tod 19 Jahre später geführt hat. Es sind somit also die finalen Jahre, die Jacqueline zusammen mit Picasso verbracht hat und die das Schaffen auch dieser Jahre prägen. Er hat sie in Hunderten von Gemälden dargestellt. Also es gibt über 400 dokumentierte Porträts von Jacqueline in seinem Spätwerk, aber Hunderte, wenn nicht Tausende andere Gemälde und Zeichnungen, die nicht individuell Jacqueline zeigen sollen, aber eben anonyme Frauenbildnisse sind, sind auch ganz eindeutig von Jacqueline und ihrem sehr charakteristischen Gesichtsausdruck und ihren charakteristischen Zügen inspiriert. Und genau diese Zeitspanne umfasst auch unsere Ausstellung und der Blick durch Picassos Spätwerk. Jacqueline, c'est la dernière épouse de Picasso. Il l'a rencontrée en 1952, puis l'épousée, et elle est omniprésente dans l'œuvre de Picasso, dans l'œuvre tardive. On voit ses premières apparitions très marquantes autour de 1954-55, notamment dans tout le cycle, d'après les Femmes d'Alger de Delacroix, où Picasso a lui-même dit qu'il y avait une certaine coïncidence entre la physionomie de Jacqueline et un des personnages de la toile de Delacroix, qui va être décliné dans quantité de portraits un petit peu orientalisants de Jacqueline. Jacqueline est aussi présente en sculpture, avec ce profil caractéristique, avec cette beauté très classique. Elle est aussi présente sur quantité de photographie et évidemment va être l'inspiratrice de tous ces modèles et ces nues à l'anguille des compositions érotiques, qui vont inonder relativement tout son travail, le dessin et la gravure. Picasso a Jacqueline häufig in einem Schaukelstuhl dargestellt. Man sieht verschiedene Beispiele auch dieses Schaukelstuhls in den Werken unserer Ausstellung. Und das war ihr Lieblingsplatz bei ihnen zu Hause. Da hat sie sich zurückgezogen, dort hat sie gelesen und dieser Stuhl repräsentiert sie in gewisser Weise auch. Es gibt manche Bilder, die sehr stark abstrahiert sind, in denen aber auch die Silhouette oder die abstrahierten Formen eines Schaukelstuhls dargestellt sind oder assoziiert werden können. Und die stehen immer auch dann symbolisch für Jacqueline. Also sie durchzieht auch als Schatten sozusagen oder als Symbol viele andere Bilder in Picassos Spätwerk. Also sie durchzieht auch als Schaukelstuhl.